Mein Beitrag. Momentan ist es so, dass es an Männern fehlt. Männer sind letztendlich die, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Das war nicht der Staat. Das war nicht die Politik. Das waren deine Vorfahren, die dafür gesorgt haben, dass du heute lebst und all die Vorzüge hast, die wir heute genießen können. Das waren deine Vorfahren. Nochmals, nicht die Politik, nicht der scheiß Staat. Das waren deine Vorfahren, das waren Männer. An alle Feministinnen, das waren Männer, die die Straßen gebaut haben, die Ressourcen dafür auch ausgegraben haben, die die Häuser hochgezogen haben, die die Abwasserkanale gegraben haben, Strommasten, die Felder bestellt haben. Alles. Zu 99% waren es Männer, die Produzenten, die Macher, die Eroberer. Wenn du ein Mann bist, gehörst du zu diesem Verein. Du bist ein Macher, du bist ein Produzent und nicht ein Konsument. Wir sind eher Einzelgänger in dem Sinne, weil wir ein Rückgrat haben. Dadurch, dass wir Männer sind, stehen wir für etwas. Rückgrat. Tessistron ist die Basis dafür, dass du überhaupt männliche Emotionen entwickelst. Männliche Emotionen sind Rückgrat, Mut, Durchsetzungskraft, Gerechtigkeit durchsetzen. Das sind männliche Attribute. Männer tun das. Männer erobern. Männer stehen gerade für etwas. Männer produzieren. Wir sind die Schöpfer der Welt. Wir sind die Schöpfer. Die Frauen, die geben nur das weiter, was wir ihnen geben. Das ist die Rolle. Das ist die Mann-Frau-Rolle. Und in dem Moment, wo man dir dieses Signalhormon wegnimmt, also wenn ich das ausschalten könnte, dann kannst du zuschauen, wie im Grunde genommen deine Gehirnfunktion sich verändert, deine Gesundheit sich verändert und unterm Strich du dann entsprechend denkst, was ist mit mir los? Du bist ein Schatten von deiner selbst. Wir Männer sind die Konkurrenten. Dieses Wettbewerbsdenken bleibt bestehen, auch wenn du eine Nullnummer bist und nur noch Östrogen produzierst, sodass die Milchdrüsen anfangen auch zu produzieren bei dir. Unterm Strich ist es dann plötzlich so, dass die Männer, die einen tiefen Testospiegel haben, mit Hängebrüsten rumlaufen und unselbstbewusste Stimmen haben, bei denen ist es so, die versuchen dann trotzdem besser dazustehen, als die Männer, die männlicher sind. Dann wird die Männlichkeit angegriffen von denen. Wenn du sagst, in meinem Freundeskreis ist es so, dass ich nicht so reden kann, wie ich es gerne tun würde, weil alle anderen Puss sind, genau deswegen. Weil du bist ein Mann und dort sehen die aus wie Männer, sind aber so krass indoktriniert, dass sie im Grunde genommen fast schon gender neutral sind. In einer Gruppe, die marschiert nach vorne, die Frauen vorne ran und die Männer hinterher am Rockzipfel der Frau, dann sind das Weiber. Das machen Männer nicht. Männer schreiten ganz vorne voran. Aber damit sie das tun können, müssen sie in ihrer maskulinen Energie sein. Und diese maskuline Energie ist zum einen das hormonell, was bekämpft wird, indem man heute, sei es jetzt das Trinkwasser, in dem Reste von Hormonen drin sind, sei es die Lebensweise, sei es die Ernährung, sei es die Einstellung, sei es die mediale Beeinflussung von Männern, was uns zeigt, dass wir eigentlich die Rollen alle umkehren wollen. Jetzt ist es so, dass Frauen sollen Männer sein, Männer sollen Frauen sein. Im Grunde genommen ist es so, dass die metaphysische Ebene absolut auf den Kopf gestellt wird. Und das ist alles Strategie, das ist alles Plan, das ist alles Agenda. Denn die meisten Männer haben das Problem, wenn sie ansatzweise männlich sind, dass das schon nicht in Ordnung ist. Sie haben Glaubenssätze, wo sie Mühe damit haben, gewisse Sachen zu machen. Wenn ich euch heute sage, dass Männer die Welt erobert haben, Männer die Nummer 1 sind, Männer die Produzenten sind und dafür gesorgt haben, dass heute die Spezies so existiert, wie es ist. Wir sind die Besten. Wir sind gleichzeitig aber die Schlechtesten, wenn man die Statistiken anschaut, beziehungsweise das Spektrum. Die Intelligentesten und die Dümmsten sind die Männer. Wenn wir was machen, sind wir immer in allem besser wie die Frauen. In allem. Im Kochen. Wenn der Mann kocht, ist er besser. Im Twerken ist es so, dass der Mann dann besser ist als die Frau, weil Männer sich fokussieren und spezialisieren können. Wir sind Problemlöser. Wir sind die Besten und die Schlechtesten. Die Frauen finden sich in der Mitte des Spektrums. Und wenn ich solche Sachen sage, triggert es einige von euch, besonders die, die indoktriniert wurden durch Jahre, in denen man sagt, so Sachen sagt man nicht. Mann und Frau sind gleich. Nein, sind sie nicht. Sie sind absolut grundverschieden. Grundverschiedener geht es gar nicht. Und diese Verschiedenheit ist wunderbar. Diese Rollenverteilung erlaubt es uns, dass wir im Grunde genommen auch durch diese Polarität eine stabile Beziehung, eine stabile Gesellschaft hinbekommen können. Wir sind nicht gegen Frauen. Frauen sollen die gleichen Rechte haben, aber sie sollen aufgeklärt sein wie die Männer über Konsequenzen im Leben, sofern man die nicht früh genug beachtet. Und man sollte die Menschen nicht anlügen. Schaut mal, in welche Richtung Hollywood versucht, euch zu pushen, was im Grunde genommen akzeptiert werden sollte. Dinge, die nicht normal sind. Bitte, wenn ich das sage, nicht normal, dann meine ich das nicht beschämend oder beschimpfend. Jeder soll machen, was er gerne möchte und jede soll machen, was sie möchte. Aber normal steht für Norm. Das heißt, es ist so, dass jemand nach der Norm handelt und entsprechend ist es so, dass alle nach der Norm handeln und das Ganze geht auf. Wenn das die Norm wäre, dass wir gleichgeschlechtliche Beziehungen haben, gute Nacht, wir hätten keinen Nachwuchs und nach einer Generation würden wir aussterben, wenn es die Norm wäre. Also ist es nicht die Norm, also ist es nicht normal. Und da werden wir hingepusht. Wieso? Weil wir nicht in unsere Kraft rein sollen. Weil wir sonst einfach ein Dorn im Auge sind, wenn es um die ganze Agenda geht, wo es darum geht, dass du verarmst, nichts besitzt und trotzdem glücklich bist. Du wirst zum Systemsklaven erzogen. Einem Eunuchen, der einfach nur arbeitet, Steuern bezahlt und danach alles, was er hat für Gesundheitskosten etc. ausgibt und bitte leise vor sich hin verreckt. Platz macht für die nächsten Sklaven.